Ne? Elfe. Du hast... Flügel. Und wenn weniger mehr ist, gibt's reichlich von mir Peter Pan. Peter Banning. Pan. Banning. Pan. Banning. Meinetwegen, aber ich erkenne dich doch. Denn es gibt niemand sonst, der diesen Duft hat. Welchen Duft? Den Duft von jemandem, der auf dem Rücken des Windes geritten ist. Den Duft von hunderten schöner Sommer, die wir in Bäumen schliefen. Von Abenteuern mit Indianern und Piraten. Oh, weißt du es nicht mehr, Peter? Die Welt war unser, wir konnten alles tun und gar nichts. Und eigentlich war es egal, was es war, denn immer waren es wir. Oh nein. Ich hab es kommen sehen. Ich hab einen totalen Nervenzusammenbruch. Komm mit, Peter, dann wird alles wieder gut. Oder es kommt das Ende. Ich fliege auf ein blendenweißes Licht zu. Ich verlasse meinen Körper. Siehst Du, da ist mein Haus, weit unter mir. Und da meine Füße. Du lieber Gott, wo wollt ihr denn hin? Deine Kinder retten, was sonst? Woher weißt Du das mit meinen Kindern? Das wissen doch alle. Kapitän Hook hat sie und Du musst mit ihm kämpfen. Lass uns fliegen. 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 Hey, G, what are you dreaming? Er beging die schlimmste Sünde gegen die Menschheit. Du kannst den Tod nicht betrügen. Ergab seiner Schöpfung Leben. 5. Januar. Robert De Niro. Mary Shelley's Frankenstein. Ergab seiner Schöpfung! Er ist mein Haus, da ist ein Magdor Paul. Du weißt schon wo. Da schenkt man Dir ein Leben und sagen. Das riecht nach Arbeit. Vorbei, denn der General Supra Bergfrühling ist neu, kraftverstärkt. Ganz einfach, fast wie von selbst. Der schnellste, der beste, der kraftverstärkte General Supra. Der Schmutz geht, der Duft bleibt. Und jetzt, Milky Milky Way! Das Beste der Milch in einer geheimnisvoll zarten Milchcreme-Füllung. Umhüllt von leckerer Milchschokolade. Milky Way Schokos. Viel Geschmack in einer Tüte. Der Schokospaß, der alle packt. Milky Way Schokos. Das Geheimnis liegt in der Milch. Eins, zwei, drei. Drei Füllungen sind viel. Zum aktiven Schutz vor Karies. Teramet Proactin. Die Zahncreme mit Fluorid plus dem Wirkstoff AHP. Beide zusammen in Teramet Proactin machen den Zahnschmelz widerstandsfähiger gegen Karies als eine Teramet mit Fluorid allein. Für weniger Löcher, weniger Füllungen. Das ist gut, dass wir die haben. Teramet Proactin. Für eine gesunde Zukunft Ihrer Zähne. Das innere Gleichgewicht unserer Haut wird täglich durch äußere Einflüsse gestört. Yade Aktiv Balance beruhigt Ihre Haut mit Heilpflanzenwirkstoffen der Kamille und der Süßholzpflanze. Das hauteigene Schutzsystem wird aktiviert. Die Haut findet zu ihrem natürlichen Gleichgewicht zurück. Yade Aktiv Balance. Mit Heilpflanzenwirkstoffen für die Balance empfindlicher Haut. Yade. The Beauty Concept. Brissot. Die Prachtstücke von Brissot mit allen Sinnen genießen. Feuchtes Wetter, schlechte Sicht, beschlagene Scheiben sind oft die Unfallursache. Mit der klaren Scheibe, original wie Leder, sehen Sie besser. Die Mikroporen schleusen die Feuchtigkeit sofort nach innen. So ist es richtig. Wie Leder, klare Scheibe. Nach dem Essen, Zähneputzen nicht vergessen. Und wenn das nicht geht, die neuen Odolme 3 Kaugummis. Die Dreifachprophylaxe gegen Karies, Zahnbelag und Zahnfleischprobleme. In einem Kaugummi. Die Dreifachprophylaxe für unterwegs. Die neuen Odolme 3 Kaugummis. Ah, Taverna Apostole. Ja, so ist da los. Hier ist Peter von Foster. Peter. Vielen Dank nochmal für dein Gyros-Rezept. Ist wirklich klasse. Ist das Familienrezept? Gebe ich gern, gutes Freund. Wenn ich wieder kann, dir helfen, ruf an. Ein Familius isst man am besten bei Starfoss. Oder bei Froster feine Mahlzeit. Nach dem Essen sollte man Zähne putzen. Tut man es nicht, entsteht eine Schutzlücke. Der pH-Wert im Mund sinkt, die Folge Karies Gefahr. Kauen Sie nach dem Essen Wrigleys Extra, wenn Sie keine Zahnbürste dabei haben. Das neutralisiert den pH-Wert, schließt so die Schutzlücke und hilft vor Karies zu schützen. Wrigleys Extra hilft die Zähne vor Karies zu schützen. Ankel Benz empfiehlt Fix für Fleischpfanne Chinesisch Szechuan. Da ist viel knackiges Gemüse drin. Mh, so richtig lecker. Mit Ankel Benz Reis servieren und fertig ist das Fleischgericht. Ankel Benz. Immer wieder ein Genuss. Und das sehen Sie heute bei mir in Late Night Harald Schmidt. Gemeinsam zappen wir uns durch die Fernsehkanäle. Aus Italien ein ganz besonderer Gast und Helmut Newton. Er ist einer der größten Fotografen unserer Zeit. Carolin hat da fotografiert. Grace Jones. Und heute bringe ich meine Aquaklack mit. Heute Late Night. Gottschalk Late Night. Heute 23.10 Uhr bei RTL. Hallo, heute Abend kommt Kölns schrilstes Doppelpack in die RTL-Nachtshow. Walter Bockmeier und Jürgen Zeltinger. Außerdem sind bei mir zu Gast Fernsehspezialist Dieter Mohr und Deutschlands erfolgreichste Erotikregisseurin Monika Treut. Also bis heute Abend. Die RTL-Nachtshow mit Thomas Koschwitz. Heute 0.30 Uhr bei RTL. Oh nein. Ich hab es kommen sehen. Ich hab einen totalen Erdenzusammenbruch. Komm mit, dann wird alles wieder gut. Oder es kommt das Ende. Ich fliege auf ein blendenweißes Licht zu. Ich verlasse meinen Körper. Siehst du, da ist mein Haus, weit unter mir. Und da meine Füße. Du lieber Gott, wo wollen wir denn hin? Deine Kinder retten, was sonst? Woher weißt du das mit meinen Kindern? Das wissen doch alle. Kapitän Hook hat sie und du musst mit ihm kämpfen. Lass uns fliegen. Lass uns fliegen. Oh. Also stimmt es doch. Du bist erwachsen geworden. Für dich hab ich Gift getrunken. Und du nanntest mich Glöckchen. Hast du denn schon alles vergessen? Steckst du da drin, Glühwürmchen? Ich bin kein Glühwürmchen. Ich bin eine Elfe. Ich glaube aber nicht an Elfen. Jedes Mal, wenn jemand sagt, ich glaube nicht an Elfen, dann fällt irgendwo eine Elfe um und ist tot. Ich glaube aber nicht an Elfen! Also stimmt es. Ich glaube aber nicht an Elfen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017